Es ist alles lauter Falschheit, wohl in der ganzen Welt, weil alle jungen Leute müssen ziehen ins Feld. Wir müssen exerzieren bei Wind und bei Kält, bis wir taugen, bis wir taugen, bis wir taugen ins Feld. Was hilft uns den Doktor, seine Visitation? Die Krummen, die Lamen schickt er nur davon. Der Hauptmann steht draußen, redet seine Leute an. Sei lustig, sei fröhlich, es kommt keiner davon. Sei lustig, sei fröhlich, es kommt keiner davon. Was hilft mich der Hauptmann, sein Reden und sein Sagen? Mein Vater, meine Mutter, die haben mich erzogen. Mein Vater, meine Mutter, die haben mich erzogen. Mein Vater, meine Mutter, die weinen so sehr. Drum fällt mir der Abschied, das Marschieren so schwer. Soldat bin ich's geworden, will's leiden mit Geduld. Das hat ja der Kaiser Napoleon verschuld. Das hat ja der Kaiser Napoleon verschuld.